Was ist passiert? Guck, das ist egal welche Richtung geht. Wir sind in die andere Richtung gegangen und dann war das auch passiert. Was ist passiert? Da musst du hingehen. Das hat sich so angehört, dass er ihn an Mia weggeschnappt hat. Was ist passiert? Da ist die Tür. Was ist hinter dir was zum Aufheben? Links. Das macht's noch gut, Mensch. Deshalb holt's Bier, muss ich denn. Du gehst da immer gut durch. Ich bin da immer am warten gewesen und dann voll Angst da durchzugehen. Ernst, ha? Warte mal, kann ich dich... Du kannst dich hier zu machen, wenn du willst. Nee, geht nicht. Du musst da richtig vorstehen, nicht so an der Seite. Du schließt das gar nicht vor. Genau so. Geht nicht. Da bin ich. Genau. Dann ist hier das Bad. Bäder sind immer gruselig. Ich glaub da an den Spiegel und so waren Sachen. Oder an der Badewanne. Mal reingucken. Guck mal um die Ecke rein. Aber hinter dir, da in den Schränken oder so. Wo kommt das her? Wo du herkommst. Echt jetzt? Ja. Guck mal. Und deine Tasten hier? Ja. Ich glaub du bist ein Glocken auf R1. Ja genau. Auf R1 sind Glocken. Als irgendwas ist so. Wo? Nach rechts lang. Wo der herkommst. Wo braucht da jemand deine Hilfe oder so? Da braucht keiner meine Hilfe. Hast du die Tür auch zugemacht? Ja das kommt trotzdem von der Tür. Mach die Tür auf. Du wirst nicht verarschen. Ja genau. Du sollst da jetzt runter gehen. Echt jetzt? Genau. Und da hat Marco auch gesagt, ob ich da jetzt reingehe? Nein. Nein! Ich kann nicht! Was denn? Ich hörs! Na was denn? Was hörst du denn? Atmen! Doch! Ich kann nicht! Das schaffst du! Was? Doch das schaffst du! Nein! Ich hörs atmen! Egal! Komm! Du wirst das schaffen! Nein! Ich hörs atmen! Nun ist es dunkel! Naja! Gleich ist es nicht mehr dunkel! Gleich ist es nicht mehr dunkel! Komm dann schaffst du das! Das ist doch nur ein Spiel! Nein! Es atmet! Ist egal! Lass es noch atmen! Aber du da nicht abnachen! Oder wenn du da bist! Guck einfach hin! Das ist doch wie ein Film! Ich will nicht! Aaaaaaaah! Mann! Oh! Ah! Ah! Du blockst gleich oben! Du blockst gleich oben! Du blockst gleich oben! Lass uns um! Du blockst da oben! Du blockst da oben! Ne! A2! A2! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! A2! 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 Genau! Warte! Warte! A2! Guck mal wie krank! Warte! A2! A2! A&! A1! A2! A3! A3! A2! A2! A4! P Deutschs! Warte! G soundsAnn! Du darfst nicht so in der Wand mit dem Kopf sein, du hast bestimmt Spaß. R2, weißt du doch, wo das ist? Was zur Hölle bist du, Mia? Lass ich die jetzt da einfach liegen? Lass sie auf erste Hilfe nehmen mit R1. R1 ist der obere Knopf von hinten. Weiß ich. Ich lass sie einfach hier liegen? Aber ich bin doch hier, um sie mitzunehmen. Ja, dann guck doch mal, wo es da ist. Nicht schon wieder! Ja, schwing! Krass, Alter! Nimm schnell! Wie benutze ich die? Ganz bei! Genau so! Ich kann doch meine Freunde nicht töten! Ich kann doch meine Freunde nicht töten! Oho! Genau! A HA 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 HA! Weiter! 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 SHIT! Ich fett sie nicht! Ich hab meine Freundin getötet! Nein. Aber ich war doch hier, um sie zu retten. Ich hab doch schon welche gesehen, die gestorben sind. Echt jetzt? Jetzt läuft traurige Musik. Wo klingelt das? Achso, am Telefon. Ich hör das nicht. Das heißt, es tut mir gut, weil so... Du hättest echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden würdest du rauskommen. Dachboden? Geh da hin. Jetzt. Das ist verarschender. Ja. Ja. Ich hab da L2. Was? N2 L2. Was? L1. R1, das war R1. Das ist heil. Jetzt hast du dich geheilt. W L 2 L 2 Das ist L 2 Und dann macht er so einen Powerschlag Ne, ich finde keinen Unterschied So macht er so ganz schnelle Schläge Und so macht er einen ganz langen Mit beiden Händen Achso Siehst du doch, lass doch L 2 gedrückt Oh, ich glaube mir wird schlecht Ich kann nicht mehr lange spielen Soll ich jetzt dieses Ding holen? Genau, auch noch Hä? Was denn, ey? Da gibt es einfach Mia, die da irgendwo rumrennt Ach, die lebt noch? Na ja Ich dachte ich hab die gekillt Dreht um Warum hast du mir das erzählt? Achso, sicher wohl Wo ist denn das Video? Ach nee Das Video ist dann wohl woanders Vielleicht rechts irgendwo, Frank Nein Bist du da? Genau, spätestens jetzt weißt du was Mia ist Hier rechts im Schrank Hier rechts im Schrank, oder? Rechts, was links wieder Du guckst immer links wenn ich rechen Ja Ja So Umdrehen, damit du weißt was da draufsteht Und das andere In der anderen Schubladen Bist du da steh ich nichts drauf? Meistens steht da immer was da draufsteht Hochgehen soll ich nicht, ne? Ne? Achso doch, ne runter Geh erstmal runter Da an der Seite vorbei Und mach die Sicherung rein Was soll die Sicherung haben? Machst du das auch immer? Machst du das auch immer? Genau Stand nicht mal irgendwo was drauf? Hier war so Wo ist es? Und jetzt? Kannst du da Zur Treppe hoch, glaub ich Ja Aufpassen, was da alles passiert Ach du meine Güte Du darfst doch mit dem Kopf so weit in die Wand reingehen, sonst wird es Spaß Oh nein, das ist krank Bitte sag mir, was ich tot sei Bitte sag mir, was ich tot sei Ha 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 Nein 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 Also das bedeutet umgewandelt, ja? Scheiße Nein Wo ist denn meine Axt, Alter? Ich soll meine Hand in die Hand nehmen Geht nicht Doch Weiter nach hinten Weiter nach hinten Weiter nach hinten Du musst doch richtig drauf guckst Hä? Es geht nicht Dann duck dich mal Ja, so Krank Hast du mal ein Taschentuch? Harte Harte mal